Willkommen zur 214. Folge von Towns. Schnell noch hier Steine aussuchen. Guck mal, der läuft auch einer lang. Dann können wir da schon den nächsten setzen. Dann passt das auch. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier loskommen. Da kommen wir los. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte da hin. Und Schuss. Und hier machen wir das auch nochmal. Irgendwie, ja, Shift hast du nicht gedrückt. So nochmal machen. Und hier wollte ich das nochmal so haben. Eigentlich können wir hier auch bis... Ja, bis, 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 bis wo? Ah, hier geht's. Da hin. Und da machen wir bis dahin. Guck, da läuft er auch schon lang. Das bedeutet, da kann auch einer hin. Achso, ja, und der Michael Friedrich hat ja geschrieben, ich soll mal gucken, ob wir vielleicht hier unten den verboten haben, auf die Etagen da runter zu gehen, ne? Aber, wie man sieht, 19. Also, tiefer geht's nicht und sie sind dürfen bis 19. Also, das ist es nicht. Ja, wir haben das mal vielleicht irgendwann eingestellt. Das kann sein. Und das hier ist 19, oder? Ne, das ist sogar nur 15. Ja, warum das dann nicht gemacht wird, das weiß ich dann auch nicht. Da ist die Stelle, ne? Ja. Da ist es schon. Da müsste man hier wiederum die Treppe auch noch machen, ne? Interessante Lösung. Aber wir können ja mal testweise hier nochmal meine Leather machen. Und gucken, wie es da weitergeht. Und dann machen wir meine. Tja, ist die Frage, ne? Da müssen wir mal gucken, ob das da irgendwann gemacht wird, ne? Ist nur die Frage, wann. Überhaupt. Liegen auch noch so ein paar Sachen, die nicht weggetragen werden, das ist auch schade. Ja. Hier müsste man noch gucken, ob da noch was drin ist, ne? Ne, das passt hier schon. Das mal so machen. Und das können wir auch mal so machen. Kann man komplett da weghauen. Hier wäre immer was möglich. Und von der anderen Seite geht auch, ne? Ja, da können wir das gerade auch noch weg machen. Zack. Gut. Hier wäre auch noch eine größere Stelle, ne? Komm, das machen wir auch noch weg. Und... Hier sieht es nicht nach hohlen Stellen aus. Hier wäre noch machbar, ne? Hier sieht es nicht so aus, als ob hier noch irgendwo was ist. Mitte wäre wenn hier, ne? So. Passt. Habe ich da zu viel noch da hinten? Nein, habe ich nicht. Alles gut. So. Ja, hier sind wir noch komplett am arbeiten. Mir kommt es jetzt gerade vor, als ob wir irgendwo eine Pause drin hätten. Das ist ja wohl jemand, der hier rumfliegt oder so. Ah, hier sind Schafe und sowas, die da laufen. Also geht. Da ging jetzt gerade einer runter. Die gehen noch weiter runter. Der geht noch weiter runter. Aber nicht ganz runter. Gucken wir mal, die Treppe ist noch nicht ausgehoben worden. Also hat nichts gebracht hier. Ja. Warte, nochmal decken. So, zack. Das reißen wir weg. Gucken, ob da einer kommt und das abbaut. Ja. Zack. Interessant. Das wird größer. Ein Gang. Ja. Ist so, ne? Hier passiert aber jetzt nichts. Ich kann komischerweise auch nicht tiefer, ne? Es geht bis Stufe 19. Ich bin aber schon da und da geht nichts mehr. Keine Ahnung, was das für ein Problem ist. Vielleicht ist Dom Bug. Hm. Komm, bis jetzt nur auf. Kann auch sein, dass man erst ausheben muss oder so. Weiß ich auch nicht. Aber hier ist ja jetzt die Stelle, wo da ausgebodelt werden soll. Und mehr nicht, ne? Vielleicht ist es doch ein Bug. Keine Ahnung. Ja. Na, das hatten wir auch schon mal lange nicht benutzt, ne? Was hier vor was kommt. Damit müsste man sagen. So. Oh. Construction. Vor Buddeln. Buddeln mal die Priorität erhöhen. Hm. Buddeln. Setzen wir mal an Stufe 1 jetzt hier. Zack. Buddeln ist jetzt mal wichtig. So. Wie sieht es überhaupt mit Essen aus? Zwölf Brot, der passt. So, gehen wir wieder hoch. Und dann schauen wir mal ganz nach oben. Hier in unser Holzbude hier. Guck mal, ist sogar schon fertig hier, ne? Das haben wir dann auch passend. Das machen wir auch mal so. Das ist auch schon schick, ne? Und das wäre da. Da der schon gelaufen kommt, machen wir gleich den nächsten da fertig. Und ja, die Steine kommen, ne? Der ist schon fertig. Jetzt wird der da links gebaut. Läuft, ne? So ist gut. Der kann schon wieder hier zerstört werden. Da ist auch noch einer. Destroy. Hier ist kein Schlitz, aber da wird einer angezeigt, ne? Na ja, dann ist das so. Destroy. 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 Okay. Da ist auch einer kaputt. Die sind doch alle schick, ne? Wir können hier mal noch weiter bauen. So, da ist ein Zimmer wieder. Und da ist noch eine Wand. Ne, das war jetzt natürlich super. Volltreffer. Schnellstens hier den weg machen. Dann passt es wieder, ne? Ja. Ach so, da ist sogar nur eine Etage. Kann man also noch eine draufsetzen. Okay, das sieht nur so aus. Dass es nicht passt dir. Aber jetzt passt es. Okay. Gut. Wir haben mal Schwierigkeiten, das da hinzubauen. Ja, da muss ein Aero kommen, wo da eine Wand ist. Da ist eine zum Beispiel. Hier fehlt ein Scarfold jetzt. Also, ich würde jetzt da einsetzen und hoffen, dass das dann passt. Soweit sieht das ja gut aus. Gucken, ob es passt, ne? Kommt einer wieder mit dem Stein, der da eingesetzt wurde. Das ist auch okay. Kommt, zack, mal ganz. Ja, da fehlt noch was. Ist die Frage, ob der da hinkommt oder da, ne? Ich glaube aber vorne, ne? Ne, hinten. Kann man da gleich den nächsten setzen. Läuft. So, nochmal nach unten gucken, ob Stufe 15 oder irgendwas passiert ist. Nicht wirklich. Hier wird auch nicht reingebaut. Hier ist auch nichts gemacht. Irgendwie mag man jetzt nicht mehr in die Erde bohren, ja. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir hier überall noch buddeln. Machen wir mal ne Kerze hier auf. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier muss ne Kerze hin, oder? Oh, das sind gerade Jingle gekommen. Wir haben mal wieder Leute bekommen. Vier Stück an der Zahl. Wow. Das ist schon lange her, ne? Also die sind jetzt ganz krass hier am buddeln. Da auch. Der Durchgang ist dann erledigt. Interessant, dass diese eine Stelle nicht gemacht wurde. Der Rest ja. Genauso wie da jetzt auch gerade. Aber der hat wohl Hunger oder so. Oder will schlafen. Dann kann er gehen. Wo ist die Stelle mit dem... Da. Naja. Ich wollte gerade sagen, macht der was? Aber macht er nicht. Der holt sich gerade eine Rüstung. Das ist ein Neuankömmling, ne? Wahrscheinlich direkt irgendwo in die Gefahr. Ja, wo geht der hin? Ah, hier gibt's genug zum Rolligen. Alles klar. Holt er sich da was weg? Ich hoffe nicht nur ein Teil, sondern mehrere gleich. Naja, vorher wieder nur einer. Geht jetzt nach oben, kommt dann in der zweiten Runde herunter und holt sich den Brustpanzer, ne? Könnte dann laufen, ne? Ah, da kommen die nächsten zwei. Die holen sich den Brustpanzer dann wahrscheinlich. Und diesen Chicken Hut kann auch sein, ne? Äh, was war das jetzt? Ist wieder weggelaufen. Hm? Macht eine Rundreise hier. Und geht wohin? Keine Ahnung, ne? Ah, den Helm als erstes geholt. Läuft, ne? Kopfbedeckung fast alle. Okay, er ist jetzt schon fertig hier. Ja, da können wir die auch umsetzen, ne? Fällt mir grad so auf, ne? 17. Berg mal nur einer. Okay, da müssen wir natürlich jetzt was definitiv tun. Äh, Group. Bärmann. So, jetzt haben wir da auch mehr Leute da. Deswegen wird auch nicht abgebaut. Komm, zack, dann. Mal grade da alle rein. Fünfe. Ja, passt doch, oder? Die drei werden noch träger und dann ist alles gut. Jetzt weiß ich auch, warum es mit dem Abbau nicht vorangeht. Wenn wir nur eine Person hatten, ne? Dann geht das auch schlecht. So, gehen wir mal hoch. Wir bauen jetzt mehr ab, oder? Ah, jetzt wird der Tunnel hier ausgehoben, ne? Wo gehen die Beine hin? Ah, hier unten geht's wahrscheinlich weiter. Genau. Okay. Ja, alle fünf am Abbauen, dann geht's auch voran, ne? Jetzt wissen wir, woran es haperte. Keine Person da, nur eine. Ist hier unten natürlich schwierig mit dem Essen, ne? Aber da hab ich grad mal ne Idee. Die können wir auch mal umsetzen. Sind wir auf Stufe 6. Gehen wir jetzt mal gucken, wo die Treppen sind. Oder die Treppe ist. Ja. Hier ist auf jeden Fall ne Treppe. Dann, lass uns das doch mal hier machen. Ein Stockpile anlegen. Für Nahrungsmittel. Kommen wir mal erstmal drei mal drei. Und managen wir den. Früchte keine. noch Viren. Und Äpfel kommen hier rein. Und was haben wir noch? Fertiges Essen. Machen wir alles. Ja, kann ruhig alles. Was immer hier noch gebacken ist. Kann auch alles. Fertig. Haben wir hier so ein kleines Zwischenlager. Vielleicht wird da was reingelegt. Weiß ich aber nicht. Muss man nochmal hier mal gucken, ne? Hier wird jetzt ordentlich gearbeitet. Fünf Leute buddeln, dann geht's auch mal voran, ne? Läuft, ne? Okay, der noch zwei. Hm, letzten Stein nicht weggenommen wieder. So, da wird wieder hochgegangen. Ah, da wird wieder gebuddelt. Ja, eigentlich läuft's, ne? Oder? Was macht er da? Oder sie? Keine Ahnung. Okay, und der letzte Stein bleibt wieder stehen. Das ist doch nicht wahr, oder? Okay. Durchbruch geschafft. So. Geht auf jeden Fall hier weiter, ne? Gut. Müssen wir mal gucken, wo die weitermachen. Wollen wir mal grad in den Keller gehen. Aber hier ist noch nichts passiert. Jo, würde ich sagen, soll's für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Nichts. Good luck.